so und damit hallo und herzlich willkommen neue woche neues glück und neue arbeit nein noch mehr arbeit ja es ist wirklich weniger und ich denke wir noch erst mal diesen rahmen rings rum machen mit dem gestell und dann machen wir uns ran wenn wir das andere auch haben dann entsprechend hier die ganzen apparatur in der innen nachzubauen damit wir das haben und hoffen dass wir das auch wirklich so eins zu eins so hinkriegen wie wir das sind halt im ersten gebaut haben ich hoffe es wirklich die verbindung die könnten wir vielleicht auch noch hübscher bauen ich weiß es noch nicht so ganz so richtig gefallen tut es mir aktuell noch nicht muss ich sagen wie das da ist in der mitte wobei näher da könnte man vielleicht wirklich so ein tunnel basteln damit man dann halt draußen reinkommt das wäre dann natürlich dort machbar ja da ist auf jeden fall platz für da das ging auf jeden fall wunderbärchenhaft sieht doch gut aus jetzt gucken sieht echt krass aus ne die form ist echt hübsch an der stelle bringt mich gerade auf so eine idee aber gut brauche ich jetzt nicht unbedingt gut machen wir mal hier den nächsten fuß würde ich sagen genau alles da so dran ja mit updates ne nach wie vor warten wir sehnsüchtig auf irgendwas neues aber gut ich sag mal wir haben ja hier echt momentan ein sehr gutes leben ne unsere mods funktionieren alle wir müssen essen und trinken herstellen was man sonst nicht unbedingt braucht und ich finde es macht echt schon ein bisschen was sehr klar es fällt jetzt nicht so auf die ganze zeit weil man nicht permanent damit beschäftigt ist irgendwelche sachen anzubauen und und sowas ja es könnte vielleicht noch so ein ticken ausgetüfteter sein aber zumindest haben wir es ja das ist glaube ich erst mal das wichtigste so so jetzt das mal machen dann die sieben wieder naja das müssen wir gleich mal holen das zeug wie ist denn das jetzt naja ok so dann das auch noch mhm oh ne bächtenhaft ha 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 A3 jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken was fehlt Stahlgerüst und äh große Stahlrohr und Motor okay nicht viel fehlt das ist ja echt nur ein bisschen was aber zumindest was mitnehmen davon also ich nehme mal 10 davon mit und nehme auch 10 davon mit aber da war es dabei genau hier nochmal ein bisschen auffrischen mhm oder auffüllen vielmehr genau ja aber ich finde wenn dann muss es auch gleich äh komplett funktionstüchtig sein gut dann werde ich das mal hier wegnehmen ich weiß jetzt noch nicht wie ich das dann hier ähm entsprechend oh 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 ähm ich weiß schon mal so ein bisschen mhm oh das kann wenig ganz vergessen ja das ist halt doch dann einiges ne was man da wieder an Ressourcen zurückbekommt mhm mhm sehr gut ja man hört schön Brummel ne mhm mhm naja oder hier vielleicht doch irgendein Fuß oder sowas mhm man könnte natürlich auch hier direkt die Verbindung machen ne anstatt hier mittendrin diesen komischen Steg. Naja, ich hab schon überlegt, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Wobei natürlich für eine Dreiecksform das mit diesem Steg am besten wäre. Schwierig. 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 Wie macht man es am besten? Klar, bei vier Stück wäre es einfach nur ich mache hier immer die Verbindung dazwischen und dann hier und hier und da und dann hast du dann hier entsprechend die Form. Aber ich finde vier irgendwie zu viel. Ich weiß nicht, irgendwie ist es zu viel. Ich glaube, das mit fünf ist schon in Ordnung. Okay. Aber wie machen wir das? Ich mache mal ganz kurz hier so eine Verbindung rüber. Man schweißt die auch erstmal, dass ich weiß, dass es hier fix ist. Da ist mir gar nichts passiert. Genau, dass es safe ist. Okay. Ja, jetzt muss man überlegen. Wenn das hier die Mitte ist. Das ist hier die Mitte. Gut. Dann hätten wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Blöcke. Das wäre ein bisschen vier, oder? neun. Ja gut, durch die Diagonale ist es noch was anderes ein bisschen, aber gut, dann hätten wir jetzt hier schon zehn. Ne, noch nicht. Wie komme ich jetzt auf zehn? Achso, ja, ja. Mal schauen. Hm. Okay, also wir müssten das zum einen definitiv breiter machen. Ja, weil ansonsten wirkt das etwas seltsam. Und ich glaube, ich mache das einfach näher ran. Dass es gar nicht so weit weg ist wie die, sondern halt so ein bisschen näher dran ist. Und dann passt sich das, glaube ich, auch. Ja, aber wenn ich das mal so hier vergleiche, so... Ja, und dann hier und hier wäre praktisch hier schon Schluss. Hm. So vom Optischen her. Ja gut, das würde bedeuten... Ich gehe von hier aus los und dann habe ich... Mal kurz überlegen, oder? Das wäre dann... Genau so. Jetzt schauen... genau das. Ist das jetzt richtig? Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Genau, und dann hätte ich jetzt... Jetzt kann ich das nicht mehr wechseln. Dann kann ich das mal zeigen, wenn ich das nicht meinte. Das ist richtig. Na, egal, den hole ich vielleicht wieder. So. So. Genau, das auch noch. Hauen wir uns den kurz wieder. Ja. Nicht so. Genau und das wäre dann hier so eine richtige Luke Und wir sehen Ich kann mal in die externe gehen Da kann ich auf jeden Fall lang laufen Oder halt auch klettern Weshalb man das dann benutzen könnte Um dann halt Das Schiff Zu verlassen oder halt entsprechend Einzusteigen Ich denke das ist so ganz in Ordnung Zentraler Tunnel Den können wir noch irgendwie ein bisschen verpacken Und fertig ist Oder Fahrstuhl Vielleicht so eine Ich möchte immer gerne mit diesen ganzen Sachen arbeiten Ich finde das super cool mit Kolben und dann Fahrstuhl rausbasteln Aber das Problem ist einfach Nach wie vor das Spiel an sich Wenn man halt einfach der Meinung ist Man müsste unheimlich physikalisch Alles machen und ah ja das muss hier sein Und so und alles Anstatt einfach zu sagen Bei der Stelle lassen wir das mal Weg Deswegen funktioniert Alles was da dran hängt Ist egal wie schwer es ist Oder sonst sowas Es wird dann einfach durch die Gegend geschoben Wäre ja irgendwie ganz nett Weil dann wäre der Spielspaß auch Definitiv größer Ja Denn das leidet darunter Muss man ganz klar sagen Wenn du mit Kolben Was man alles schönes bauen kann Ja Ein Kran und alles drum und dran Ein Bagger Und ja Du musst immer darum bangen Dass irgendwas nicht funktioniert Und das deshalb in die Luft pflegt Und das ist scheiße Jetzt muss ich nur überlegen Wie ich das jetzt hier Am geschicktesten anstelle Denn ich brauche ja eigentlich Eine Breite von drei Na ja Doch 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 Fällt mir gerade ein Ich weiß wie ich es mache Ne weiß ich nicht Ehrlich gesagt Puh Das ist doof Ja das ist echt doof Weil ich hier Einen geraden Abstand Dazwischen habe Das heißt ich müsste sonst Die Schräge Also ich müsste die Schrägen tauschen Ja das ging ja Das könnte man machen Ähm Das hieße dann Jetzt muss ich kurz umdenken Ja aber jetzt muss ich umrechnen Ähm Okay Tja oder Ja ne es wäre jetzt Ja ich müsste es rein theoretisch jetzt Eins wieder da dran setzen Oder eins weiter weg machen Dass man hier eine ungerade Zahl hat Dann würde das natürlich besser passen Ähm Ich denke ich baue das einfach anders Genau Ähm Sollten aber hier ein bisschen Platz machen So langsam mal Ne Wird es ein bisschen eng Genau Jetzt kann ich das hier gar nicht hinbauen Geht das eh nicht Ich möchte mir gar keine Gedanken machen Ob wie das gerade oder ungerade ist Dass da nicht hinpasst Okay Also weg hier Wunderwelchenhaft Bist der Ich habe mich vorher nicht drauf gedacht Ja das ist dann wieder das ne Wenn du irgendwas machst Und ähm Ein kleines Detail reicht dann schon aus Wo man sich dann nachher dann mega ärgert Weil man da irgendwie nicht gedacht hat Ja aber man kann auch nicht immer alles Vorher bedenken Das funktioniert nicht Das geht nicht Du brauchst ja schon eine jahrzehntelange Planung Damit das so läuft Und zig Leute die sich damit beschäftigen Weil Man selbst Wenn man nur selbst das macht Dann hast du irgendwann gar nicht diesen Ja offenen Blick Ja du bist da einfach nur noch dann Bei der Beim Projekt Und siehst da manche Sachen gar nicht Die einem anderen sofort auffallen So ein bisschen Wir können sowieso mal ein bisschen die Richtung buddeln Das muss ja eh größer werden So Okay das passt Halbwegs Ähm Aber hier das muss Ja ich muss Also hier richtig richtig viel wegnehmen Damit ich jetzt hier rankomme Ne So passt das gar nicht hin Nein 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 Oh Okay Zum Thema Uncool Ja ganz klar Echt uncool Kann ich vielleicht Hydrogen Kriege ich das hier irgendwie voll Hat hier noch einer Eis dabei oder so Oder Ach natürlich nicht Ähm Warte mal Ja das ist ein Hydrogen Tank Warum kann ich denn Diese Flasche da nicht befüllen Müsste das nicht gehen Da Flasche auffüllen Yes Gut jetzt habe ich ein bisschen was davon rausgenommen Ist nicht so wild Ist nicht so wild Wir kriegen gar nicht hier noch genug Eis zurück Ja ich kann auch Ich fliege mal kurz hier hoch Siehst du wir haben noch gar keinen Schalter für das Tor da vorne Das sollten wir vielleicht auch mal machen Ähm Lüfter Eingang Genau Armor Gate Das ist es ja So das wäre dann Hang Hangar Eingang Genau Wunderbar Ich naft Dann sagen wir mal zu Astralen Das ist halt bloß nicht komplett zu Ne Mhm Ähm Müsste hier vorne irgendwie noch eins sein Äh Ja Ja da müsste noch eins sein Und da müsste irgendwie so ein halber Block sein Oder sowas Mhm Ich denke das könnte funktionieren Ja wobei das auch geht ne Ist nicht so dramatisch Aber ist zumindest zu Das müssen wir uns gleich mal von außen angucken Komm wir müssen sowieso da hochfliegen Und entsprechend alles auffüllen Dann kann ich auch gleich mal gucken wie das aussieht von außen So Alles auffüllen Das auch mal gleich noch mit Wunderbar Schnaft So Da bin ich echt gespannt Sie gantt hier jetzt sehr sehr episch aus Ich wette drauf Ja Hat was Schöner wäre es natürlich wenn wir das hier schließen könnten Ne aber Ähm Dadurch dass wir das ja eigentlich für Fahrzeuge auch nutzen möchten Geht das leider nicht Klar ich könnte unten drunter irgendwie Durch Kolben machen Ja ne 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 das lass ich das Das ist wieder doof Dann muss ich wieder einen halben Block nehmen Weil das dann ja nicht direkt daran sein darf Und so Ja ja das Ist immer wieder mit Problemen behaftet Aber nun gut Ich verabschiede mich Wir sehen uns morgen wieder Bis dahin Euer Mr. Zogger Bis dahin Bis dahin